Dieter Burdenski ist ein ehemaliger deutscher Fußballtorwart. Leben Dieter Burdenski ist der Sohn von Herbert Burdenski, der am 22. November 1950 im Länderspiel gegen die Schweiz durch einen Elfmeter das erste Tor der deutschen Nationalelf nach dem Zweiten Weltkrieg erzielte und in der Mitte der 1970er Jahre beim SV Werder Bremen auch als Trainer von Dieter Burdenski fungierte. Von 1970 bis 1988 spielte Dieter Burdenski als Torwart in 478 Spielen für den FC Schalke 04, Arminia Bielefeld und Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga. Gleich in seiner zweiten Saison bei Schalke wurde er 1971 in den Bundesliga-Skandal verwickelt, der zu einer mehrmonatigen Sperre gegen ihn führte. In der Saison 1979-80 stieg er mit dem SV Werder Bremen in die zweite Bundesliga ab. Während dieser Spielzeit kassierte er 93 gegen Tore, was einen Negativ-Rekord darstellt. Acht Jahre später wurde Burdenski mit dem SV Werder in der Bundesliga-Saison 1987-88 deutscher Meister. Er ist mit 444 Bundesliga-Spielen Rekordspieler der Bremer und wurde als siebter Spieler Ehrenspielführer dieses Vereins. Außerdem ist er der erste Torhüter überhaupt, der bei einem offiziellen Elfmeterschießen in Deutschland einen Elfmeter halten konnte. Nach Gewinn des Meistertitels 1988 beendete Burdenski zunächst seine Karriere. Jedoch überredete ihn der ehemalige Werder-Profi Sani Aslund, mittlerweile Trainer beim schwedischen Traditionsverein Naika Solna, zu einem Einsatz in der Altsvenskan. So stand er am 25. August 1988 beim 0 zu 0 Unentschieden gegen Hamabiev im Rassanderstadion zwischen den Pfosten. Damit wurde er zum ältesten Erstliga-Debütanten in Schweden. Im Tor der A-Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland wurde er von 1977 bis 1984 zwölfmal eingesetzt und nahm an der 1978er WM in Argentinien teil. Ebenfalls bestritt er neun Einsätze in der deutschen B-Nationalmannschaft und sieben Einsätze in der deutschen U23-Junioren-Auswahl. Bei der Nationalmannschaft stand er vornehmlich im Schatten von Sepp Mayer und Harald Toni Schumacher. Von 1997 bis 2005 war Burdenski Torwart-Trainer bei Werder Bremen. Am 23. Februar 2002 kam er aufgrund bis Nell-Nord im Selbst für Torwarte sehr hohen Alter von 51 Jahren noch zu einem Einzeleinsatz für die Werder-Amateure in der Regionalliga Nord. Burdenski machte allerdings keine gute Figur und Bremen verlor 1 zu 3 gegen den Chemnitzer FC. Zum Jahresende 2005 endete die Tätigkeit für Werder Bremen. Burdenski ist seitdem für seine eigene Firma Burdenski Events tätig. Mit dieser Event-Agentur organisiert er unter anderem Incentive-Reisen, Trainingslager, Turniere und Auftritte der DFB-Traditionsmannschaft. Sein Nachfolger als Torwart-Trainer von Werder Bremen war Michael Kraft. Persönliches Dieter Burdenski betreibt momentan ein Sportgeschäft in Brinkum bei Bremen. Sein Sohn Fabian ist ebenfalls Profifußballer und spielt seit September 2015 für den FC Rot-Weiß Erfurt in der 3. Fußball-Liga. Statistik Länderspiele 1971-1973 zu 7 U23 Länderspiele für Deutschland als Spieler von Arminia Bielefeld und Werder Bremen 1972-1980 zu 9 B Länderspiele für Deutschland als Spieler von Arminia Bielefeld und Werder Bremen 1977-1984 zu 12 Länderspiele für Deutschland als Spieler von Werder Bremen 3 für den FC Schalke 04 2. Bundesliga 35 für Werder Bremen Regionalliga 1 für Werder Bremen 2 Als wenn's kann Spiele 1 für den AIK Solner 1. MICHAEL 5 3 1 2 3